servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich hatte ja neulich schon ein video gepostet zum zweijährigen dienst jubiläum möchte ich es mal nennen von g6 von meinem youtube kanal hier also ja der kanal ist schon ein bisschen älter aber vor zwei jahren im oktober habe ich angefangen aktiv videos zu machen und ich hatte ja schon angekündigt dass ich in dem rahmen auch was ja anbieten möchte und stream wo wir gemeinsam zocken und so weiter und so fort ich hatte euch gebeten ein paar vorschläge zu machen worauf ihr lust hättet und da war jetzt einiges dabei von raid pvp bitte kein raid mythisch plus und so weiter und so fort und ich habe mir jetzt noch mal ein paar gedanken gemacht also auf der einen seite ihr könnt immer noch gerne vorschläge machen da oder fände ich sehr cool oder auch wenn ihr bock auf ein ganz anderes spiel habt könnt ihr auch gerne schreiben dann können wir uns dem auch mal widmen prinzipiell das darum soll es dann in diesem video gehen angedacht ist stand jetzt der wahrscheinlich 23 oktober wo ich das ganze machen möchte also der quasi geburtstag stream geht so los 19 uhr 19 30 da werde ich aber auch noch mal vorher bescheid geben und das ganze twitch punkt tv slash g6 gaming also wenn ihr mir da noch nicht folgt gerne folgen dann kriegt ihr das auch immer direkt mit und wie ich bereits sagte das ganze soll halt hauptsächlich er ein ja interaktiverer stream sein zur gestaltung lasse ich wie gesagt noch alles offen wir werden höchstwahrscheinlich auch ein giveaway dabei haben mio teaser mein treuester twitch abonnent und wirklich seit anfang an eigentlich mitglied hier auf dem kanal ich weiß auch noch er war ganz am anfang bei den ersten community raids mit dabei also dickes shoutout auch noch mal an ihn er hat gesagt er würde für den stream ein shop mount spendieren vielen dank dafür ich habe ihm gesagt muss er nicht machen aber wenn er es immer noch machen will dann vielen vielen dank auf jeden fall ich bin auch dabei mir noch mal irgendwas zu überlegen was wir machen könnten ob es weiß nicht und wenn es auch noch ein shop mount ist oder so oder ein pad oder ein bisschen spielzeit oder was weiß ich irgendwann irgendwas werde ich mir noch ausdenken oder vielleicht was ganz anderes auch was was ich euch zuschicken kann ich muss mal gucken ich habe noch ein paar original verpackte wo w sachen auch hier zu hause die vielleicht auch ganz nett sein könnten ich denke noch mal drüber nach dann sehen wir weiter aber jedenfalls es wird auch was für euch zurückgeben das möchte ich sagen und wie gesagt an dem abend soll wirklich der spaß im vordergrund stehen ich denke mal wir machen so auf jeden fall drei stündchen mindestens also ich würde ja sonntags eh meistens raiden bis dann elf also von daher da wir aktuell reduziert haben habe ich da keinen stress ich hoffe es sind möglichst viele von euch dabei und mein erster plan den ich so bisher gehabt hätte ich würde punkt 1 sehr sehr gerne an und für sich mythisch plus machen denn mythisch plus haben wir so noch gar nicht gemacht zusammen zumindest nicht on stream oder beziehungsweise es ist sehr sehr lange her ich glaube das war noch in der ersten season wo wir das mal gemacht hatten und seitdem sind ja viele neu dazugekommen also das wäre ein punkt worauf ich bock hätte worauf ich auch bock hätte wäre beispielsweise rbg also rated bg wenn wir da genug leute zusammen kriegen da bin ich auch nicht ganz so schlecht wie in der arena mit dabei grundsätzlich wenn aber leute von euch sagen sie hätten bock auf arena hätte ich da auch nichts dagegen und ich glaube rate würde ich jetzt mal hinten anstellen mit der ausnahme dass wir eventuell da ist halt der prepatch noch nicht draußen und ab dem soll man dann alle rates aus schicksalshaft machen können aber wir hätten da dann mausoleum der ersten am start wir hatten bisher einmal im stream sanktum gemacht und das wäre noch eine möglichkeit dass da würde ich dann auch mit meiner eule mit gehen und vielleicht kriegen wir noch kriege ich noch jemanden ran freund mit dick item level oder leute von euch dass wir da ordentlich feuer power einpacken und dann den rate schnell auf normal also wirklich auf normal durch ballern falls den der halt noch leuten fehlt für das für das jigglesworth senior mount also rate soll an dem armen wirklich nicht im vordergrund stehen aber wenn jetzt super viele leute sagen ihnen fehlt noch das mausoleum für dieses mount dann gucke ich mal ob ich ein paar leute auftreiben kann die da vielleicht aushelfen würden normal sollte ja dann relativ schnell gehen vor allem mit double affix aber dass das dann vielleicht eine stunde dauert so in dem dreh und vielleicht können ja dann ein paar leute noch ein mount bekommen darüber wenn ihnen der rate noch fehlt ich denke das wäre eine ganz nette geschichte also merkt euch schon mal den 23 vor ich mache jetzt bewusst kein community kalender event oder sonstigen krams so wie es früher mal gemacht hatte weil letzten endes haben die immer sehr viele dann angemeldet aber kaum jemand davon war da und jetzt machen wir es einfach ich gehe an dem tag online ich werde auch vorher noch mal per video und wenn es in youtube shorts ist darauf aufmerksamkeit machen aufmerksam machen also ein bisschen mehr als in der vergangenheit und dann wenn es soweit ist dann ballern wir los und dann wer dabei sein möchte schreibt mich einfach an und dann lade ich euch live ein und dann ab dafür also das ist der grobe plan ich bin weiterhin sehr bereit sehr offen für wünsche anregungen anmerkungen eurerseits also was ihr an dem abend machen wollt wenn es ein ganz anderes spiel ist auch gerne in die kommentare und ja damit ich freue mich drauf hoffe möglichst viele von euch begrüßen zu dürfen wenn vielleicht auch nicht ingame dann im chat in letzter zeit ist es doch immer mehr geworden macht echt sehr viel spaß und damit danke ich wünsche euch noch einen wunderbaren sonntag bleibt gesund passt auf euch auf sind ja im moment sehr sehr viele krank zumindest so in meinem unfeld der kältet und corona also passt wirklich auf euch auf bleibt gesund bis zum nächsten video reingehauen